Im August 2018 lud die Klaas Main Donau zur Fieldtour nach Pförringen Oberbayern. Dabei nutzten viele die Gelegenheit, um die neuesten Klaas Traktoren im Feldeinsatz zu testen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017